Wahrscheinlich weißt du schon, dass ein Kompressor einen Song druckvoller macht, auch lauter machen kann und deshalb benutzt du Kompressoren gerne, aber manchmal fragst du dich, was macht er eigentlich? Und manchmal weiß man auch nicht so ganz, macht er jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Heute klären wir die Frage und nach diesem Video kannst du auf jeden Fall Kompressoren sehr bewusst anwenden und musste ich nie wieder fragen, ist der Kompressor überhaupt an? Dafür nehme ich mir einmal dieses Tool hier zur Hand, das ist das Schulz Mega Oszilloskop, kostet ein bisschen was, aber ich muss sagen, das hilft wirklich sehr, wenn man sich Dynamik anschaut. Ja, wir nehmen uns hier einmal diese Session her und gucken Spur für Spur mal, wie wir den Song hier fetter machen können und ganz am Ende gucken wir uns noch den Limiter an, der das Ganze hier dann so richtig voll und laut macht. Also gehen wir mal in die Kick rein. Die Kick ist nicht weiter kompliziert, sehr sehr einfaches Signal, aber so können wir uns das auch besser veranschaulichen. Es gibt ja in Ableton einmal den normalen Ableton Kompressor und den Glue Kompressor, den kennt ihr vielleicht schon. Der Glue Kompressor ist vor allem natürlich für Gruppenbearbeitung, um sie zusammenzukleben. Deswegen werden wir den auch in dieser Gruppe, in der Drum Gruppe verwenden und bei der Kick erstmal ganz explizit auf den Ableton Kompressor eingehen. Ja, der Ableton Kompressor hat einen Knopf, den ich besonders wichtig finde und zwar ist das hier rechts der Peak und der RMS Modus. Der Unterschied dazwischen, den seht ihr, wenn ich hier einmal die Threshold runter bewege. Jetzt sieht man, dass von der Kick nur noch dieses Klicken durchkommt. Das heißt, bei RMS arbeitet er langsamer. Das heißt, RMS ist besser bei Stimmen, vielleicht auch bei Bessen, wenn man so diese LA-2A Kompression benutzen möchte, eine langsamere Kompression. Peak hingegen, wie man sehen kann, schneidet vorne direkt den ersten Start weg und lässt dafür aber mehr Body durchkommen. Das heißt, der arbeitet schon mal direkt schneller. Das sehen wir natürlich noch noch deutlicher, wenn wir die Threshold weiter nach unten bewegen. Threshold weiter nach unten heißt meistens, der Effekt wird verstärkt, kann aber auch bedeuten, wenn man zu tief mit der Threshold geht, so wie hier, dass man das Signal kaputt macht. Deswegen würde ich immer eher nach dem Prinzip gehen, erstmal so in die Mitte, Hälfte so ungefähr zu gehen und dann wirklich zu gucken, bis man merkt, was macht er hier eigentlich. Das Entscheidende sehen wir hier unten auch die Gain Reduction. Das heißt, wie viel um wie viel db macht er das ganze Signal leiser. Das ist super, super hilfreich, dass Ableton das hier drin hat. Minus 9, das heißt, wir kompensieren hier mal mit plus 8. Man kann natürlich auch 9 nehmen, aber meistens sind das ja so angenährte Werte. Wenn ich jetzt genau 9 nehme, wird es vielleicht ein bisschen lauter. Aber wir hören uns mal das Vorher-Nachher-Signal bei RMS und Peak an. Das ist jetzt RMS. So war die Kick vorher. Wir merken schon, Hula, da ist aber ordentlich was dazu gekommen. Die hat jetzt einen richtig dicken Bauch bei RMS bekommen. Dafür knackt aber auch die Transiente jetzt so komisch. Wenn wir auf Peak gehen. Oh, da wird die noch fetter. Kriegt die richtig, richtig Body. So klingt sie ehrlich gesagt für mich irgendwie richtiger. Das hat irgendwas bisschen komisches bei RMS. Aber das klingt richtig, richtig gut. So, wenn ich jetzt die Attack mal länger drehe, dann holen wir uns den ganzen originalen Punch wieder, der in der echten Kick hier vorne drin war. Also in der vorherigen Kick, sorry. Und jetzt können wir sozusagen ein bisschen abschmecken, wie viel davon möchten wir überhaupt haben. So ist ungefähr gut. Finde ich gut. Und mit der Release können wir jetzt entscheiden, okay, möchten wir jetzt mehr Body oder weniger Body haben? Was denkt ihr denn? Wo dreht man denn? Links oder rechts? Also wenn man die Release länger macht, genau wie auch die Attack, kommt mehr von dem Original-Signal durch. Und jetzt haben wir im Grunde einfach eine verleiserte Original-Kick. Im Grunde funktionieren so auch Limiter sehr langsam und transparent, wenn wir jetzt die Release kürzer drehen. Weil dann holen wir wieder ordentlich Body zurück. Und ihr hört jetzt auch, okay, jetzt fängt sie an zu verzerren. Das kann man sich schon mal merken. Sehr kurze Zeiten, also auch zum Beispiel eine sehr kurze Attack-Zeit, bringt die Kick einfach zum Verzerren. Das heißt, das Einzige, was man zum Beispiel jetzt bei Kick-Signalen oder bei Bass-Signalen nicht machen sollte, ist zu kurze Zeiten benutzen. Also man will eine Hardstyle-Kick haben. So, ich lasse es aber mal auf 1 und drehe jetzt nochmal die Release vielleicht so ein bisschen. Und wie schon vorhin gesagt, eine Threshold hier unten ist nur für Veranschauungszwecke gut. Ansonsten bei euren echten Projekten solltet ihr natürlich irgendwo hier sitzen. Und jetzt haben wir es geschafft. Das war unser Kick vorher. Boom! Richtig schön fett. Ja, mir ist sie tatsächlich sogar schon zu bauchig. Deswegen verlängere ich hier die Release ein bisschen und mache sie vielleicht noch ein bisschen, bisschen kürzer. So ungefähr 50. Und dann, finde ich, sitzen wir eigentlich genau im richtigen Spot. Wenn ihr jetzt noch das abschmecken wollt und vielleicht die vorherige Kick mochtet, könnt ihr natürlich über eine parallele Kompression diese neue Kick zumischen. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Hier bei 50 klingt es absolut top. Wir haben einfach ein bisschen mehr Body dazu geholt. Das war schon mal die Kick. Die haben wir jetzt richtig fett gemacht im Track. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu fett. Ich mache mal ein bisschen weniger davon. Aber das müssen wir gleich alles beim Bass wieder so ein bisschen kompensieren. Als nächstes nehmen wir uns die Hi-Hats her. Ich habe extra sehr, sehr kurze Hi-Hats gemacht. Und ich lege den gleichen Kompressor dahinter. Dann sehen wir, da passiert ganz schön viel. Aber eigentlich werden sie hauptsächlich einfach nur lauter. Natürlich möchten wir uns selber nicht verarschen, deswegen drehe ich das Ganze ein bisschen leiser. Ungefähr auf den Wert der Gain Reduction wieder. Und eigentlich alles, was wir bei Hi-Hats wollen, ist die Release ganz, ganz kurz zu drehen. Das, was bei der Kick das Verzerren gemacht hat, das bringt uns jetzt hier wieder richtig Saft. Hört man vorher und nachher. Das ist so geil. Und das kann ich jetzt im Grunde eigentlich auf jeder Hi-Hat machen. Vor allem zum Beispiel auch auf einer Ride. Damit macht man aus so einem einfachen Anschlag einen durchgehenden Ton fast schon. Vorher. Und wenn man jetzt noch mehr von diesem Anschlag haben möchte, um wieder das natürliche Signal zu haben, dann kann ich natürlich ein bisschen Attack verlängern. Und dann kommt wieder ein bisschen mehr von diesem Klacken durch. Meistens, also in den meisten Fällen, möchte ich eigentlich, dass meine Rides so klingen. So richtig voll. Denn das macht natürlich im Gesamttrack viel mehr her. Weil das Signal wirkt einfach dann auch viel lauter. Ne, vorher. Es klingt so, als würde jemand die einfach nur so ein bisschen anzocken. So ein bisschen so ein Metal-Drummer oder so. Und jetzt. Voll. Und jetzt ist sie richtig da. Und ich finde, das ist genau das, was man haben will. Sehr schön. Ja, und das Gleiche können wir im Grunde auch bei unserer Offbeat-Hi-Hat machen. Was ich aber zum Beispiel bei solchen kurzen Offbeat-Hi-Hats sagen möchte, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, passt hier mit der Attack auf. Wenn die Attack zu kurz ist, könnt ihr euch den ganzen Sound einfach zerstören. Guckt mal, wenn ich hier kurzer drehe. Und das ist das, wo man dann auch sagt, das ist schlechte Kompression. Sehr, sehr häufig beginnt schlechte Kompression damit, dass du eine zu kurze Attack hast. Und der Sound sozusagen komplett aufgefressen wird. Das heißt, er hat gar keinen Anschlag mehr so richtig. Diese Spitzen sind natürlich ein bisschen zu stark. Die würden wir später mit einem Clipper abfangen. Aber das hier ist was anderes. Das klingt ja schon fast wie ein Shaker. Hier auf jeden Fall mit der Attack vorsichtig umgehen, bis ihr da was findet, was euch passt. Super. Sehr nice. Dann haben wir jetzt die Hi-Hats fett gemacht. Dann können wir uns jetzt mal ein bisschen um diese Gruppen-Glue-Kompression kümmern. Wie du sehen kannst, wird jetzt hier der Soft-Clipper oder der Clipper aktiviert und die Lampe leuchtet rot. Das liegt einfach daran, weil die Kick hier jetzt so einen kleinen, ja so eine Peak hat. Die sollten wir im besten Fall mit einem Clipper wegnehmen. Ein Soft-Clipper, weiß ich nicht ganz, aber wir können es ja mal probieren. Und dann sieht man auch, zack, dann schneidet er das ab. Und da ist jetzt klanglich auch nichts verändert worden. Von daher sehr schön. Manchmal kann es bei Soft-Clippern auch passieren. Ich zeige das mal, wenn ich hier lauter mache. Dass der dann anfängt zu verzerren. Aber das sind jetzt 6 dB. Da war der jetzt aber auch ordentlich laut. Ich finde allgemein, dass das eigentlich ganz gut klang, wenn die Kick ein bisschen voller wird. Vielleicht drehen wir die wirklich mal ein bisschen lauter. Tut dem Song vielleicht auch ganz gut. Jetzt klingt die richtig massiv, ne? Nice. Ja, und jetzt fahren wir sehr, sehr heiß in den Glutkompressor rein. Was das heißt, ist einfach, ihr seht hier links den Pegel, der ist schon rot. Und deshalb fängt er hier auch an, schon sozusagen auszuschlagen oder zu arbeiten. Normalerweise möchte man ja eigentlich das ein bisschen kontrollierter haben. Kann auch hier so ein bisschen softer reinkommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier ist es jetzt für mich gar kein Problem. Weil genau so viel hätten wir jetzt ja sowieso weggenommen. Was beim Glutkompressor noch interessant ist, ist, dass die Ratio auch ein bisschen steuert, wie das nie sich verhält. Das heißt, wenn du hier bei 2 bist, fängt er schon viel, viel früher an, das Signal abzugreifen. Und arbeitet dementsprechend dann auch früher und mehr. Wenn du bei 10 bist, arbeitet der so ein bisschen mehr wie so ein Limiter. Die hörbaren Unterschiede da sind etwas gering, aber ich finde immer, dass der 10er Ratio härter klingt. Hören wir nochmal rein. Das klingt so weich und irgendwie auch nicht schön. Und beim 10er fängt er erst später an zu arbeiten. Also erst, wenn das Signal sozusagen wirklich laut ist und macht dafür ganz konsequent oben den Deckel zu. Fast schon wie ein Limiter. So, und normalerweise würde man natürlich hier reingehen und die Threshold absenken. Das kennt ihr ja alle. Aber wie ihr merkt, jetzt ist das Ding im Arsch. Jetzt klingt das einfach scheiße. Und das ist ganz ehrlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man merkt, wann ein Kompressor was kaputt macht. Dann gibt es nur einen Schritt. Löschen. Weg damit. Keine halben Sachen. Wenn du merkst, ein Kompressor macht Sachen kaputt, löschen. Aber meistens ist das Problem in der Threshold oder in der Ratio verborgen. Dann einfach wieder ein bisschen zurückdrehen nach dem Kiss-the-Needle-Prinzip, dass der Kompressor einfacher arbeitet. Genau. Und ganz ehrlich, das bisschen, was wir hier jetzt gemacht haben, hat schon viel mehr Druck gemacht. Jetzt können wir ein bisschen Make-up machen, weil wir sehen ja, der ungefähr 1, 2 dB duckt der hier ja weg. So, jetzt hören wir mal das vorher nachher. Das Thema Soft-Clipping, ehrlich gesagt bin ich froh, dass das hier jetzt so ein bisschen schrabbelt. Weil dann merkt ihr zumindest, dass man nicht den Soft-Clipper anmachen darf, wenn man zu heiß in den Sound reinfährt. Und ansonsten würde ich natürlich einfach auch raten, levelt eure Sounds richtig, damit die nicht zu heiß in den Limiter reinfahren. Boah, nee, aber der Body klingt total schrecklich. Hört mal, wenn ich das auffahre, ich brauche mehr Body. Das heißt, ich muss hier kürzer werden. Und das ist so der Punkt, wo ich den Glu-Kompressor nicht so wirklich mag, wenn ich ehrlich bin. Häufiger als nicht geht da irgendwas kaputt, weil die Release einfach irgendwie dann doch so träge ist. Deswegen, wenn ihr mit dem Glu-Kompressor arbeitet, bleibt bitte immer in diesem Bereich hier zwischen 1 und 5. Wirklich, 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 kann ich euch nur ans Herz legen. Vorher, nachher, okay, wir können noch ein bisschen. Und ihr seht, ich bin eben mal am Gain-Matchen. Jawohl, jetzt ist die Kick richtig voll. Boom, boom. Sehr schön. Richtig schön voll gemacht. Wichtig immer, dass ihr euch nicht verarscht. Also ich könnte jetzt auch hier ganz locker flockig plus 7 drehen. Aber wir sehen ja, die Gain-Reduction ist nicht 7. Deswegen, ähm, nicht lauter machen, als es vorher ist, sondern es sollte immer alles auf einem Level bleiben. Und der Charakter von eurem Kompressor sollte gut genug sein, dass er auch bei gleicher Lautstärke besser klingt. Deswegen immer die Gain-Reduction und das Make-up im Auge behalten. Ach ja, stimmt, das habe ich völlig vergessen. Eben mal das Make-up-Gain ausmachen. Das ist so fatal. Macht das unbedingt immer aus. Das verrechnet sich durchgehend. So, jetzt haben wir die Drums abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch eben zu dem Bass. Sowieso mein Lieblingsthema. Und da nehme ich tatsächlich auch lieber dann den normalen Kompressor her. Und hier können wir auch mal probieren, wie das Ganze mit RMS so funktioniert. Vielleicht, ähm, können wir, wenn wir hier mal so ein bisschen kompensieren, merken. Oh, wow, guck mal. Das funktioniert sehr gut. Weil dieser Anschlag, der gerade eben bei der Kick durchgekommen ist, den möchten wir auch beim Bass, dass der durchkommt. Natürlich können wir das auch mit Peak einstellen und die Attack länger machen. Das ist gar kein Problem. Vielleicht machen wir sogar die Release kürzer wieder. Jawohl. Vorher. Man hat direkt das Gefühl, dass alles viel mehr zusammenwächst, oder nicht? Ich habe auch das Gefühl, der Bass wird viel fundiger untenrum. Jetzt mache ich mal einen lustigen Vorher-Nachher-Vergleich. Und zwar gehe ich mit Command-K und packe mir auf alle meine Kompressoren mal einen Shortcut auf der Tastatur. Das mache ich jetzt hier mit B. Damit wir einmal immer das Vorher-Nachher-Bild hören können. Okay, also ohne Kompressoren. Und mit. Und ohne. Und wieder mit. Und das, was wir jetzt als Clipping gehört haben, darum kümmern wir uns jetzt mit dem Limiter. Denn der Limiter natürlich ist dafür da, um alles, was über Null geht, abzufangen. Und dann vielleicht noch ein bisschen weiter zu boosten. Ich werde jetzt den erstmal auf neutral haben. Also nicht weiter rein boosten. Damit der einfach nur die Pegelspitzen abflingt. Boah. Ey, mit Kompressor klingt das so viel fetter. Jetzt nochmal ohne. Und nochmal wieder mit. Boah, war das geil. Ja, und jetzt können wir im Grunde das angewandte Wissen hier auch weitertragen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen mehr rein. Jetzt können wir mal mit Attack und so spielen. Release vielleicht mal kürzer. So. Ohne Limiter. Mit. Also wenn das jetzt nicht die perfekte Anleitung war, um deine Tracks fett zu kriegen, dann weiß ich auch nicht. Abonnier mich gerne, lass mir ein Like da und ruf mich gerne an, falls ich dir ein Mastering machen kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.